Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch die neue Beta-Firmware so ein bisschen aufbrösel, was diese neuen Pro-Funktionen, die jetzt auch auf die Phoenix 7 oder auf die Apex und so gekommen sind. Heute gucken wir uns an die Sicherung und das Wiederherstellen, also Backup & Restore, ist jetzt neu hinzugekommen. Wobei ich leider sagen muss, Garmin lässt sich nicht darüber aus, was jetzt genau gesichert und wieder hergestellt werden kann. Ob es die kompletten Daten sind, die ihr auf der Uhr habt, ob es zum Beispiel auch Musik ist, die ihr gespeichert habt, ob es eure angepassten IQ-Felder und so weiter sind. Ich weiß es nicht. Ich wollte aber jetzt auch ehrlich gesagt meine Uhr nicht einmal komplett ein Hard-Reset machen, um das auszuprobieren. Irgendwann kommt eine neue Uhr oder irgendeiner hat es mal irgendwann gemacht, aber ich zeige euch, wo ihr es findet. Ihr findet es natürlich in der Uhr. Da haltet ihr die mittlere Taste gedrückt. Dann geht ihr auf System. Dann geht ihr weiter runter auf, bis ihr zu sichern und wiederherstellen kommt. Und dann könnt ihr hier das automatische Backup ein- oder ausschalten. Garmin-seitig ist es erstmal eingeschaltet. Und wenn ihr gar nichts macht, dann sichert die Uhr jeden Abend oder jede Nacht zwischen 0 Uhr und 1 Uhr wird ein Backup erstellt. Ihr könnt es auch immer händisch auslösen. Wenn ich jetzt sage, jetzt sichern, dann macht die Uhr ein Backup. Ihr sichert jetzt alles Mögliche. Und das wird dann auch in das Garmin-Universum geschickt, damit ihr es natürlich auch wiederherstellen könnt. Weil jetzt ist natürlich noch nichts da. Und wie könnt ihr es wiederherstellen? Dazu geht ihr ganz einfach in eure Garmin-App. Ihr geht auf eure Uhr. Und sie kriegt anscheinend gerade dieses Upload zugeschickt. So, jetzt ist alles rübergeschickt. Jetzt können wir weitermachen. Dann gehen wir hier auch auf System. Gehen hier weiter runter, bis wir zu sichern und wiederherstellen kommen. Ihr seht, ihr hier ist Upload steht immer noch aus. Also im Moment hätte ich nur ein altes Update von gestern Nacht. Und wenn ich das jetzt ja drauf tippen würde, dann könnte ich es wiederherstellen. Also ihr könnt die Wiederherstellung nur starten von der Garmin-Connect-App und nicht von der Uhr. Also diese Sicherung wird in der Connect-App gespeichert. Könnt ihr auch nicht finden, wenn ihr die Web-Connect-App öffnet. Also ich habe es zumindest nicht gefunden. Ich habe mal überall gesucht. Und auch nicht, wenn ihr das mit Garmin Express verbindet. Ihr findet das Backup, so wie ich es jetzt festgestellt habe, im Moment nur wirklich in der Connect-App. Wie gesagt, ich kann euch leider nicht sagen, was das Backup alles beinhaltet. Ich hoffe, Garmin kommt da irgendwann mal mit Informationen raus. Und es wird auch immer nur ein Backup gesichert. Also ich hätte ja jetzt dazu tendiert, zu sagen, okay, bevor ich die neue Beta draufschmeiße, wenn irgendwann einer rauskommt, würde ich ein Backup machen. In der Hoffnung, dass alle alten Daten gespeichert sind, die dann auf der Uhr waren. Aber da bin ich mir eben nicht sicher. Also ich denke mal, alte Firmware-Versionen oder so zur vorherigen Version zurück oder so, das wird vermutlich nicht funktionieren. Aber wenigstens kann man so vermutlich einen Großteil seiner Informationen wieder speichern oder wieder zurückholen oder auf eine neue Uhr transferieren. Aber in welchem Umfang dieses Paket ist, kann ich euch leider im Moment noch nicht sagen. Aber ich, wie gesagt, ich wollte euch auch eigentlich nur zeigen, wie ihr da hinkommt, was ihr machen müsst und von wo ihr das Backup starten könnt. Weil viele suchen das Backup in der Uhr und versuchen es dann da irgendwie wieder drauf zu schmeißen. Aber das geht natürlich nicht. Ihr findet es halt unter System sichern und wiederherstellen in der Garmin Connect App. Und wie gesagt, ihr könnt jederzeit eine händische Sicherung, eine manuelle Sicherung auslösen, indem ihr auf jetzt sichern klickt. Ansonsten wird die Sicherung, wenn ihr es aktiviert habt, automatisch nachts zwischen 0 und 1 Uhr von eurer Uhr gemacht. So, hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.